Willkommen mitten im Münsterreiner Weihnachtsmarktleben. Wir befinden uns auf dem Rathaus Innenhofplatz. Dort findet einer der größten, aber auch ältesten Weihnachtsmärkte in ganz Münster statt. Wir schauen uns jetzt einmal an, was es dort alles zu sehen gibt. Der geneigte Weihnachtsmarktbesucher findet hier wirklich ein reichhaltiges Angebot an verschiedenen Handwerksarbeiten vor. Von Schmuck über Holzarbeiten bis hin zu Kleidung findet man wirklich hier ein großes Angebot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ich habe mich jetzt einmal reichlich auf dem Markt hier umgeschaut. Und einen Blick zieht hier wohl wirklich besonders viele Blicke auf sich. Ich spreche jetzt gerade hier mit dem Besitzer. Und können Sie mir vielleicht einmal erklären, was verkaufen Sie hier? Wir verkaufen hier Licht- und Windspiele in 3D-Format. Und alles, was wir sehen, ist aus Edelstahl gemacht. Und damit man das auch für drinnen und für draußen die Freude daran hat, machen wir das so, dass es auch sogar Geschirrspüler geeignet ist. Man kann die Farben der Kugel austauschen. Man kann es durch warme Luft von der Heizung in Bewegung kriegen oder auch durch den Wind. Eine Frage hätte ich noch. Wie lange sind Sie denn schon hier? Ich bin jetzt in Münster, das fünfte Jahr. Münster ist natürlich eine schöne Stadt, muss man ehrlich sagen. Und es ist immer die Freude daran, wie man dann halt die Leute kennenlernt und dementsprechend dann diese Ware, die wir haben, an den Menschen anbringen. Und wenn die dann die Freude haben, dann überreicht sich das an den Familien. Und dadurch kommt das dann unser Gewinn auch und unser Spaß auch, dass wir dann halt jedes Jahr neue Motive entdecken können und entwerfen können. Super, das ist auch schön. Dann bedanke ich mich und wünsche noch viel Erfolg. Super, das ist auch schön. So, das war es auch schon mit meinem Ausflug zu dem Weihnachtsmarkt. Jetzt lasse ich mir noch diesen berauschenden Glühwein hier schmecken und hoffe, dass er meinen fröstelnden Magen wohlig werden wird. Ja, köstlich. Ja, köstlich. Ja, köstlich. Ja, köstlich.